Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day und Swing Trading Sektion der Formationstrader am Mittwoch, dem 19. Februar 2014 und Leute es ist schon wieder 11 Uhr und eigentlich will ich ja dass die Videos um 10.30 Uhr online sind, nur klingelt morgens ständig hier das Telefon, dann ist hier wieder dran, dann ist ein anderer Geschäftspartner dran, dann gibt es dies, dann gibt es jenes, dann muss irgendwas organisiert werden und schwuppdiwupp ist es 11 Uhr und das erste Setup was ich Ihnen zeigen wollte ist uns flöten gegangen nämlich hier diese bärische Keilformation, wollte Ihnen sagen, wir haben hier in etwa 70 Pips Potenzial in der ab kürzester Zeit an die Runde zweier Marke beim britischen Fund gegenüber dem Kiwi, jetzt ist das Ganze leider schon losgegangen, man muss sagen, sollte aber dieser aufwärts gerichtete Trend mit dem Bruch dieser bärischen Keilformation bärisch aufgelöst werden, haben wir Potenzial in Richtung der 1.99.20 zu laufen, für den Fall, dass der Markt nochmal einen Pullback macht, hier an diese Tiefs in Richtung 2.00.50, dann ist das eine große Widerstandsmarke und dann sind zumindest nochmal 50 Pips drin, das ist aber wirklich über die ganz kleine Zeiteinheit gedacht, wenn man sich das Ganze, ich will es vielleicht nochmal gleich so zeigen, über den Wochenchart anschaut, muss man sagen wir sind hier nach wie vor in einer großen bärischen Keilformation, das dauert aber auch noch ein bisschen bis diese große bärische Keilformation möglicherweise bärisch oder was eher unwahrscheinlich ist, bullisch aufgelöst werden sollte aber der britische Fund bietet momentan absolut Potenzial, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Tageschart, wir haben ja gesagt, Euro gegenüber dem britischen Fund, ein bisschen hier länger gedacht, hat ja zum Beispiel eine bullische Keilformation, was wir hier bilden wir waren zuletzt hier dran, haben auch gesagt, wir bleiben gelassen, wir wollen wirklich, dass der Markt hier über diese Widerstandszone drüber geht, der wird abverkauft jetzt versuchen nochmal die Bullen sich an die obere Begrenzung des Bullkals zu bewegen, bleibt auf jeden Fall auf Watch, was Euro gegenüber dem britischen Fund angeht und weil wir schon mit den Forexes angefangen haben, lassen sie uns doch bitte gleich mit den Forexes auch weitermachen Ossi gegenüber dem japanischen Yen, V-Formation, abverkauft, gekauft, absolut stark, man kann auch sagen, hier eine Art Doppelbodenformation, aber das ist sehr dynamisch gekauft, abverkauft und wieder gekauft, jetzt konsolidiert er mehrere Tage zwischen den gleitenden Durchschnitten mit der Unterstützung hier, mit der 20-Tage-Linie wenn der Markt es schaffen sollte, diese langen oberen Schatten, schauen Sie sich das an, abverkauft, abverkauft, abverkauft wo ist das Ganze im Bereich der Runden 0,93, also Rundemarken, wenn wir hier drüber gehen, dazu hier diese trendbegrenzende Linie Widerstand, 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 dann hat der Markt auf jeden Fall Potenzial, mindestens 100 Pips in Richtung der 94 zu machen darüber hinaus, wenn wir über diese oberen Begrenzungen drüber gehen, dann sogar eine Fortsetzung zu beten wichtig wäre aber auch, dass diese sehr sehr hohe Volatilität jetzt mal ein bisschen nachlässt, weil wir können nicht hier 100 Pips traden dafür, dass wir hier zum Beispiel ein Risiko haben von 200 Pips, also wäre gut, wenn der Markt sich dann irgendwann mal hier oben platziert und dass wir das dann auf der bullischen Seite traden können, bleibt auf jeden Fall ein Watch, genauso wie der Ossi gegenüber dem Kiwi das sieht aber hier aus wie eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, hier Schulter, hier Kopf, hier Schulter haben wir alles schon gebildet, aber wir sind nicht durch die Nackenlinie durchgegangen wenn wir durch die Nackenlinie durchgehen, das ist hier mit dem Schatten, ich würde hier nicht das hier miteinander verbinden sondern ich würde wirklich hier auf diesen Schatten warten, weil wir auch hier schon mal aufgesetzt haben abverkauft worden sind, schon mal rangelaufen sind, gescheitert sind würde ich auf jeden Fall mit der horizontalen Marke arbeiten wenn wir hier durchgehen, dann haben wir Potenzial in etwa für 220 Pips man muss sich aber darüber im Klaren sein, wir haben hier eine horizontale Unterstützung, hier eine Unterstützung hier eine Unterstützung, dazu die 2050-Tage-Linie wenn das Ganze hier bärisch aufgelöst werden sollte dann hat der Markt Potenzial in Richtung des Kopfes zu laufen beachten Sie bitte meine Wortwahl, ich denke, dass der Markt es nicht schafft hier den Kopf nach unten durchzunehmen aber ich trade nicht das, was ich denke wenn der Markt hier diese horizontale Marke nach unten durchbricht dann ist es auf jeden Fall so, dass ich mir darüber im Klaren bin dass wir im Bereich dieser Zone sehr sehr viel Unterstützung haben werden das heißt, dass ich dann anfange wirklich dann wenn der hier nach unten durchgeht, meinen Stop-Loss enger zu platzieren wenn er durchrutscht, oh ja, dann kann das nochmal ein richtig starker Trade werden und wenn er zurückkommt, auch in Ordnung dann habe ich meinen Stop eng und gehe dann aus diesem Markt zunächst einmal raus also, entweder oben raus oder unten durch wenn er oben raus geht, kann man eher mit einem weiteren Stop arbeiten wenn er hier unten durchgeht, muss man vorsichtig sein bis er gegebenenfalls durch diese Unterstützungszone im Bereich der 105 nach unten durchrutscht dann hat er nochmal Potenzial, sogar die Bewegung zu beschleunigen jedenfalls über den Stundenchart Euro-Kanadische Dollar, ein großes, großes, gleichschenkliges Dreieck man muss sagen, ich habe Ihnen vor ungefähr zwei Wochen gesagt dass der Kanadische Dollar momentan wirklich starken Abgabedruck hat und dass es so aussieht, als würde der Markt hier weiter abverkauft werden ist es aber nicht der Kanadische Dollar hat zumindest geschafft, sich zu stabilisieren das heißt, wenn wir uns das hier auf Wochenchart-Basis anschauen dann laufen wir hier eine ganze Weile seitwärts das Ganze bildet aber über den Stundenchart ein großes, gleichschenkliges Dreieck die Wahrscheinlichkeit ist, nachdem was hier passiert ist, größer, dass wir dieses Dreieck auf der bullischen Seite auflösen sollten wir haben hier den Widerstand, beginnend mit dem 30. Januar und dann sehen Sie hier eine Körperkante, da haben wir einen Schatten da drinnen ist da nichts mehr und dann haben wir hier nochmal eine Körperkante und mehrere Schatten man kann ungefähr sagen, oberhalb der 1,51 das ist jetzt sehr konservativ gedacht wenn Sie die Linie noch nicht gezeichnet haben aber oberhalb hier, abverkauft, abverkauft wenn wir hier drüber gehen, im Bereich von 1,51 es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das nicht nur ein Fake ist sondern dass der Markt auf jeden Fall es geschafft hat hier nach oben diese Widerstandszone aufzulösen und oberhalb der 1,51 lassen Sie uns nochmal gucken, hier haben wir noch die 20-Tage-Linie jawohl, da sind wir nämlich ja nach oberhalb der 20-Tage-Linie dann hat der Markt zumindestens Potenzial in Richtung des Jahreshochs zu laufen 52, 75, also 175 Pips in etwa für eine bullische Bewegung möglicherweise darüber hinaus kurzen Blick werfen wir noch auf unsere Aktien da haben wir DST Systems also horizontale Marke Bullish aufgelöst worden ist ja eine amerikanische Aktie wir haben diese kurze Gegenbewegung genutzt haben den Markt gekauft gestern macht der Markt hier plus 1% hat auf jeden Fall weiteres bullisches Potenzial dann haben wir miteinander gestern über RWE gesprochen das ist aber ein Positions-Trade das ist längerfristig mit dieser großen umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter-Formation wir gehen hier durch diese Widerstandsmarke bereits gestern heute gibt es das höhere Hoch und das höhere Tief zumindestens aktuell denken Sie daran, das ist ein längerfristiger Trade wir brechen gerade auf Wochenbasis die Widerstandszone denken aber auch daran, dass wir auch noch die 30er Marke vor der Brust haben und darüber sehen wir weiteres bullisches Potenzial im Moment läuft es in die Richtung die wir für eher wahrscheinlich gehalten haben was ich Ihnen noch zeigen möchte ist zum einen BASF denn bei BASF sehen wir folgendes der Markt läuft hier in einem Trendkanal jetzt sind wir genau an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals angekommen aber entgegen dieser Zeit und dieser Zeit sehen es die Bullen gar nicht ein hier irgendwie weg zu gehen ganz im Gegenteil die bleiben da einfach stehen und möchten gerne eine Fortsetzung kriegen wir haben eine K und D Linie die sind umeinander geschlungen oberhalb der 80er Marke wenn ich Ihnen eine große Trendbegrenzende Linie seit 2008 zeige schauen Sie sich das an hier Widerstand da Widerstand jedes Mal abverkauft worden jetzt haben wir es geschafft per Wochen Schlusskurs über diese Widerstandsmarke durchzugehen schaffen wir dann auch noch per Tagesschlusskurs eine Trendbeschleunigung zu erhalten dann haben wir auf jeden Fall Interesse das Ganze hier auf der bullischen Seite zu traden denken Sie daran heute ist FOMC Protokoll müssen heute nichts irgendwas machen sondern wir würden es gerne sehen dass der Markt hier an dieser Marke dran bleibt und dann den Ausbruch auf der bullischen Seite schafft und dann würden wir das gerne auch auf der bullischen Seite traden im Gegensatz zu VW denn VW bildet hier ebenfalls eine sehr schöne Highbase Formation nach einer sehr bullischen Bewegung das ist zwar nicht das Allzeithoch wer erinnert sich nicht an das Allzeithoch von VW mit 1000 Euro das waren ach das waren Zeiten da haben alle abgedreht am Rad gedreht was Volkswagen angeht sondern das wäre ein neues Jahreshoch oder ein neues ich weiß gar nicht 3 Jahreshoch auf alle Fälle würden wir aber den Bruch dieser horizontalen Marke nicht traden warum nicht und das zeige ich Ihnen aus edukativer Sicht weil so runde Marken wie 200 Euro die sind sehr sehr entscheidend der Kurs wird von so runden Marken wie magisch angezogen das heißt das wird dann auch aller Voraussicht nach nochmal berührt werden das heißt aber nicht dass der Markt Kraft hat nachhaltig drüber zu gehen erst wenn die 200er Marke nachhaltig gefallen ist dann würden wir erst in den Markt gehen das heißt wir würden eher abwarten dass der Markt hier durch die 200 durchgeht und wenn dann nochmal zurückkommt und ihr auf das Dach aufsetzt dann hätten wir Interesse etwas dann auf der bullischen Seite zu traden haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit wenn Sie mögen heute Abend gibt es eine Rohstofftagesausgabe sehen wir uns nachher für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes und selbstverständlich sind wir morgen für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den Swing und Daytrades bei Forex und bei Aktien und hoffentlich früher als es am heutigen Tage der Fall ist vielen herzlichen Dank hoffentlich bis morgen mein Name ist Hamid Sashari alias Volke P bis morgen bisaden bis дней bis commerçat